Hi, eine Nachricht von deiner Zwillingsklamme. Was möchte er dir sagen? Es geht darum, das Ganze hat natürlich Potenzial. Auch wenn das jetzt im Verborgenen ist, also mit der Liebe, also die Anziehungskraft und die Leidenschaft ist sehr, sehr groß zwischen euch zwei. Also es geht um ihn und seine Männlichkeit. Es geht auch darum, dass er natürlich das Ganze noch reifen soll zwischen euch zwei. Also findet hier noch die Lösungen dafür, wie er zu dir sich annähern kann. Vielleicht ist da noch eine restinnerliche Zerrissenheit da und auch Gedanken, aber die gehen jetzt schon in eine positive Richtung. Und er sagt dir, vergib dir selbst und lass Liebe in deinem Leben leuchten. Das sagte dir und ich wünsche dir einen wundervollen Tag.